Vielfalt bedeutet Toleranz. Toleranz gegenüber allen Menschen. Wir sind eine Feuerwehr. Wir sind eine Blaulichtumgebung. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob ein Junge einen Jungen, ein Mädchen ein Mädchen liebt. Es sollte egal sein, ob jemand trans- oder bisexuell ist. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen für alle Bürger da sein und in der Not helfen. In den Uniformen sehen wir alle gleich aus. Jedoch gibt es Unterschiede. Und genau dafür gibt es das Netzwerk Vielfalt vom Verband der Feuerwehren. Genau deswegen nehmen wir an der großen Demo anlässlich des CSDE in Köln teil. Wir wollen zeigen, wie offen und bunt die Welt ist. Auch in den Feuerwehren. Lasst uns gemeinsam tolerant sein und es zeigen. Für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Die Demo zum Kösterfest Südtöch ist zu Ende in Köln. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder hier in Kalk angekommen. Wir hatten einen tollen Tag. Geniales Wetter. Wir haben unsere Botschaft darüber gebracht, wie vielfältig und bunt die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen sind.